Klok, 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 ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Danach können wir uns wieder fünf Jahre unserem Riesenhaus widmen bis zum Spawnpunkt. Part 5000. So, wir sind jetzt fertig mit der Wüste. Ja. So ungefähr. Aber Sandblöcke kann man zum Glück relativ schnell abbauen. Ja. Wir gehen einfach mal mit dem muntersten raus. Genau. Stirb. Schleim. Hier kommen wieder ein paar Schleime. Ich bin ja schon wieder am Chillen in irgendeiner Höhle. Oh, hier ist eine Vase. Du und deine Höhlen und deine Vasen. Brennst immer voraus. Schäm dich. Ich bin halt neugierig. Ja, schäm dich. Wie gesagt. Da kommen immer nur so viele Schleime her. Geht weg. Verpisst euch. Bald wird übrigens wieder Nacht. Müssen wir zum Spawnen zurück. Wir müssen nicht. Wir können uns auch einfach sterben lassen. Du hast recht. Aber dann verlieren wir Geld. Nein, wieso? Ja. Ja. Das kann man so auch sagen. Ich hole mir mal erstmal ganz viel Sand hier. Ich baue hier quasi gerade die Düne ab. Du solltest jetzt mal sehen, was das für Sand ist, der hier kommt. Wieso? Das ist ne Riesenmenge, ey. Ich krieg regelmäßig Schaden davon. Was zur Hölle? Du bist ja noch nicht mal so weit gelaufen. Dahinten ist nochmal zweifach so vielfach so viel. WTF, ey. Der Sand macht mir einfach 20 Damage. Ich bin gleich tot. Wenn du drunter gehst, ist klar. Komm, 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 komm. Ich sterbe gleich. Du musst dann mein Geld aufnehmen, wenn ich tot bin. Okay. Das freut dich natürlich. Einverstanden. Also mit dem Baum können wir noch wegschloppen. Geht das eigentlich doppelt so schnell, wenn wir beide drauf waren? Ne. Ja. Doch. Ne. Ne, das ging gerade eben eine Ewigkeit. Ich rüsste wieder mein Schwert aus. Okay. Wir brauchen Plattformen. Hast du Plattformen? Ja, das kann man ja machen. Oh. Demolition list has arrived. Ja, TNT-Bomben und so. Nice. Das ist richtig nice. Damit können wir besser minen. Plattformen mache ich mal da hin. Ein Dynamit kostet 50 Silber, wenn ich mich richtig entzündere. Ja, das geht fix. So, gehen wir hier schnell raus. Oh, fuck. Ja, ja, geh mal. Ich bin gleich tot. Heut den Maum bitte. Ja, pass auf. Wenn ich springen. Oh. Ich geh mal voraus. Hilfe. Ja, geh bitte voraus. Ich brauche Pilze. Ne, ich lass mich einfach heilen. Ich gebe dir eine Healing Portion. Ne, ich heile mich einfach gleich, wenn wir zu Hause sind. Ja, jetzt habe ich sie weggeschmissen. Da kommt ein Zombie. Irgendwie ist der Berg schwarz. Au. Ey, ich bin ja auch was tot. Healing Portion. Ich bin tot. Na, wir müssen uns das Geld holen. Geld, 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 Geld. Ey, du. Penner. Wie viele? Oh, Gold. Penner. Oh, mein ganzes schönes Geld. Äh, ich glaube, ich bin gleich auch tot. Da folge ich mir diesen Pilz. Äh, du musst mal auch hier hinkommen. Ich bin gleich auch tot, ja. Ist auch gerade nicht Geld. Okay, wie weit bist du gekommen? Genau an der Stelle, wo du gestorben bist. Oh. Hier ist so ein blöder Überhang. Wir müssen jetzt gleich mal zusammen machen. Ja. Wir müssen noch einen weiteren Raum einrichten. Hier ist ein Stern. Ich hab einen Stern. Ja, aber einer bringt nichts. Ist mir egal. Ich mein einer. So, Geld holen. Das dir sein Erfolg. Hooray. Hast du schon einen Stern? Ja, aber den hab ich von weg. Schmissen auf einmal war er weg. Das ist nicht gut, wenn der weg ist. Ich würd mal sagen, ne, ne. Oh, ich hab vier Bomben. Wahrscheinlich durch ne Vase oder so. Cool, guck mal. Jeder hat so seine eigene Etage. Hm? Der Guide ist auf der ersten. Wir müssen jetzt noch ein paar machen. Hm? Hier sind grad drölf Augen. Und zwar wirklich eine Riesenmenge. Ja, lass die Zeit. Ich warte hier auf dich. Ich muss die ganze Nacht kämpfen. Die ganze Nacht. Ich bin gleich tot. Du musst auch dann kommen, sodass das Geld nicht despawnt oder so. Das Geld ist wichtig. Wir müssen behalten. I'm tot. Tom was slain. Hol Geld. Los. Wo bist du denn gestorben? Da, wo du gestorben bist. Das ist der blöde Vorhörer. Alter, das ist ja doch voll weit. Natürlich ist das voll weit. Hast du wenigstens den Überhang weggekriegt? Nein, hast du nicht gut. Das mach ich gleich. Wo ist denn das Geld? Ist hier das Geldgang? Das liegt weiter unten vom Berg. Ja, toll gemacht. Ja, ich weiß. Ich hab's drauf. Das ist einfach weggetopst, als ich gestorben bin. Ja, doch. Ich bin gar nicht da unten gestanden. So. Komm da nicht hoch. Hüpf. Was? Komm da nicht hoch. Du bist nicht laut genug. Du bist immer leiser. Ich kann dich nicht mehr lauter stellen in Skype. Ja. Das Mikrofon. Oh, Mann. Moment. Eben neu einstöpsel. Ja, jetzt ist es. Jetzt geht's wieder. Ich hab das Geld. Dein und das Geld? Ja, ich hab... Ich bin tot. Ah... Verdammt. Ich will aber das Geld haben. Ja, ich glaub, wir sollten mal zusammen gehen. Egal, ignoriere das Geld. Cool, da ist ne Blume gewachsen. Wenn wieder Tag ist, machen wir das mit dem Geld. Ja, und dann ist es weg. Okay, du holst das Geld. Du kannst das. Du bist voll Pro. Ich hab gleich gar kein Geld mehr. Das ist alles... Doch, ich hab noch zwei Goldcoins. Das ist gleich alles weg. Ich hab auch noch drei Goldcoins. Demolitionist Shop. Ich kauf erst noch ein bisschen Dynamit. Ich glaub, ich hab das Ganze gewählt. Wenn ich das so richtig sehe, ja, hab ich. Ich komme... Man kann mal nur Dreier-Stacks von Dynamit haben, oder? Keine Ahnung. Wieso ist bei mir gerade der zweite Dreier-Stack weggegangen? Ich sag mir nicht, ich hab den versehentlich verkauft. Verdammt. So lange bin ich aus Versehen im Haus benutzt. Weil sonst ist das Haus weg. Ich bringe mal ein paar Augen, bitte, ne? Hm? Alter. Machst du das Geld? Ja. Nein. Du hattest das... Pff! Wie viele Augen sind das denn? Ach, was? Ich bringe sie an den Augen. Das Geld? Wo ist das Geld? Liegt da, musst du packelen. Ich kämpfe gegen die Augen. Alter, diese Nacht haben wir aber auch gar nichts auf die Reihe gekriegt. Äh. Komm mal, hilf die Augen zerstören. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Äh. Das Geld liegt direkt vor unserer Haustür. Ja, Alter. Du sollst es vielleicht mal dein Schwert in die Hand nehmen. Habe ich auch gleich gedacht. Hooray. Ja, hab ich's. Aber da fehlt, glaube ich, noch ein NPC, oder? Ich glaube, das ist der Letzte. Wusen das Geld? Habe ich schon. Fünf Gold. Ja. Ja, wir müssen hier oben noch Stühle und so reinhämmern. Ja, dann kommt noch einer. Ja, ich mach schnell Stühle und Tisch. Geh du schon mal runter und benutze Dynamit. Ich hab gar kein Dynamit. Dann kauf dir Dynamit. Nö. Doch. Okay, äh, warte, ich mach gleich erst mal hier Glas und so. Okay. Und verstaub mir hier das ganze Zeug im, im, hier. Einen Stuhl. Hast du Linsen? Einen Stuhl. Linsen? Äh, nee, leider nicht. Wie, du hast kein einziges Auge getötet? Wobei, droppt jedes Auge in der Linse? Nein. Nee, aber ich hab wirklich, doch, zwei Linsen hab ich. Siehst du, wollte ich schon sagen, ey. Kriegst du die da? Da. Ey, hau sie einfach in die, ich bin das nicht. Du musst es schon in die Tür. Ich hab den Guide gerade versucht, Linsen zu geben. Der guckt sich die Tür an. Hahahaha. Bis hast du eine Tür in die Küste gemacht. Soll ich dich nicht mitschleppen, Leute. Silberbarren da rein. Und Kupferbarren mach ich auch noch dazu. Kannst auch mal direkt Glas machen, oder? Ja, ich hau noch unsere ganzen Barren da rein. Und auch unsere Erze, die wir haben. Silberohr, Goldohr und Copperohr. Nee, Copperohr können wir noch umwandeln. Ich hab Glas. So. Kupferbarren. Meins. So, ich hab Glas mal in die Truhe getan. Okay. Oh, ich bin ja fast tot. Ich tu übrigens grad mal, schau, ob ich was aus dem Kupferzeug machen kann. Ich hab mal vier Bomben. Ja, ich kann nur Rüstung machen. Ich mach mir mal Rüstung, okay? Jo. Hooray. Wow, ich seh aus wie... wie so ein super Held in Drachenrüstung. Hahaha. Naja, fast. Ja, fast. Fast trifft's am ehesten. Ich will auch ne Rüstung haben. Mach ich mir mal aus Eisen eine. Ne, aus... Das reicht nicht. Eisen reicht nicht? Aus Silber, klar. Ne, man braucht 25. Okay. Ich geh mal ganz runter. Ja, wir finden gleich noch genug. In unsere Mine hinein. Aber ich hab grüne Haare und damit ist mein Sieg vorprogrammiert. Alles klar. Hier unten fängt wieder die coole Musik an. Das hab ich vergessen, was ich machen wollte. Sterben gehen, stimmt. Du wolltest sterben gehen? Ja, ja. Ja, also... Ach ja, wegen Dingens, ne? Äh, soll ich noch TNT kaufen? Ja, am besten. Ich hab nur drei Stück. Ich mach mir noch ganz viele Wunden-Platforms. Ja, ich hab ja fünf. Obwohl, soll ich lieber sparen für so einen Mimenhelm? Ne, lass mal... So zur Hölle liegt hier dreimal Dynamit. Also ich kauf doch keins. Das ist richtig, okay. Kann man unter Wasser auch sprengen? Ne, oder? Theoretisch? Ja, doch, kann man. Yay, war sie zerstört. Ich hab zwei Bomben bekommen. Ja, ja, die sind im Vasen. Bring die was. Wow, von wo kommen die ganzen Schleimfiecher hin? Okay, einer ist einfach durch die Wand abgehauen. Wie müssen wir das Wasser hier wegbekommen? Äh, dafür ist das TNT. Ja, gut. Kann man TNT auch unter Wasser benutzen? Klar. Das wird weh tun. Pass auf, weg da. Weg da. Wow. Nice. Mach mal die Vasenputt. Okay, ich mach die Vasenputt. Ah, auf den Schleimputt. Haben wir irgendwo Rohstoff oder so? Stirb, Schleim. Noch mehr Dynamit. Ich mach, ich mach, ich mach. Okay. Da hin. Boah, Dynamit ist ja mal voll cool, ey. So ist das zehnmal schneller. Boah. Gold. Kann man Gold auch wegsprengen, oder? Und links ist Gold. Ja, kann man alles. Unten links ist Gold. Und das kann man dann auch einsammeln. Oder wie? Das weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Ja, offensichtlich. Das ist, das nenn ich mal effizientes Abbauen. Ja. Das ist ein Dungeon, warte mal. Ich setz hier noch schnell ein Stück Gold, äh Dynamit hin. Aber hier unten links war noch Gold. Das hab ich durch die Explosion auf deinem Gesicht. Aha. Okay. Ich brauch hier mal ne Fackel hin. Ah, Wurm. Hab ich auch grad gesehen. Ich mach hier mal die ganzen Sachen weg. Boah, ich hab keinen Bock, ey. Ich wirf jetzt einfach ne Bombe. Wow. Ah. Ich bringe eine Bombe mehr, als die wir mieten, ey. Boah, da war grad ne Menge Gold. Viel weniger. Ja, ja, das meinte ich ja. Wow. Stirb, Wurm. Hab ihn getötet. Aber so ist Abbauen ja definitiv die effizienter. Ja. Ein ganzes Stückchen. Gold. Jetzt TT. Ich hab leider kein TNT mehr. Müssen wir uns noch mehr holen, ey. Wow. Ah, hier links ist noch ein Gungeon. Okay. Ne, wir müssen noch mal hoch und uns mehr TNT holen. Jop. Hier ist aber nochmal ne riesige Goldader, komm her. Wobei, ne, mach deine mal. Jaja. Guck mal, was hier links noch beim Wasser weitergeht. Nicht, dass ich mich gleich hier selber abstrecke. Oh, verdammt, ich hab die Bombe falsch geworfen. Ich komm hier gleich nicht mal raus, ne, also. Die Bomben rollen falsch. Ja, hab ich vorhin auch schon gemerkt. Die rollen einfach weg. Mann, 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 Mann. Ich glaub, ich ersauf hier gleich. Obwohl er hier geht. Das ist unpraktisch. Ist eine Vase. Gibt einen Inhalt. Tsch. Noch eine Bombe. Stirb, Schleim. Oder auch nicht. Naja, der ging ordentlich daneben grad. Gold abbauen. Ich will Gold haben. Ganz viel Gold. Ja, hier geht's noch weiter, aber ich trau mich nicht. Ne, ich komm gleich mal. Ah.